Tag auch Freunde der scharfen Klinge ein ganz kurzes schnelles Unboxing weil ich habe überhaupt keine Zeit ich bin nur mal eben kurz nach Hause gekommen für eine Tasse Kaffee muss gleich weiter ich habe noch niemals Zeit mir die Hände zu waschen eben nur ganz ganz schnell ein Paket habe ich schon geöffnet denn das konnte ich nicht erwarten dann muss ich direkt aufreißen Max Messer hat mein Hinderer repariert Max Messer ist jemand der wunderbar mit Folien umgehen kann und ich hatte hier die Klinge war schon zu weit rüber gewandert und da hat er mir ein Stahl Inset eingebaut kann man überhaupt nicht sehen also sowas von toll gemacht die Arbeit also ich bin echt schwer begeistert das Hinderer wieder voll einsatzfähig ganz geil gemacht Max Messer so heißt er auf Facebook wenn ihr mal irgendwas an einem ja eigentlich macht er Strider aber er hat auch mein Hinderer hingekriegt wenn er was an so einem Titan Folder habt könnt ihr mal euch an ihn wenden findet er wie gesagt bei Facebook Max Messer so dann habe ich noch ein zweites Paket bekommen das habe ich nicht geöffnet vom Florian vom Messer Kanal YouTube Messer Kanal Messerbla der war so freundlich mir einfach mal zwei seiner Folter zu schicken mal zum befummeln werde ich euch natürlich noch genauer vorstellen aber erstmal nur hier öffnen also zwei Gas Blades perfekt finde ich super cool von ihm Florian vielen 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 lieben Dank so da haben wir die zwei guten Stücke hier haben wir ein Viper Techno Cut das Italo sehr sehr geil da werde ich bestimmt viel Spaß haben mir das genauer anzuschauen dann haben wir ja noch eins Max Edge das Wind sieht mega cool aus flippt auch gut sehr sehr geil vielen Dank Florian für diese beiden tollen Taschenmesser zum befummeln das war es dann schon wie gesagt genaueres über die Messer demnächst demnächst Entschuldigung scharfe Grüße euer Wix Spider das war es dann schon mal das war es dann schon mal Vielen Dank.